Herr Kanzinger, herzlich willkommen hier zum Publish-Industrie-Technik-Talk auf der Powtech. Welche Neuheit präsentieren Sie denn hier auf der Messe? ICA zeigt dieses Jahr zwei Neuheiten auf der Powtech. Einer davon ist die ICA Magic Lab, eine neu entwickelte Laboranlage, mit der sich alle verschiedenste Mischprozesse abbilden lassen. Das heißt, wir können mit dieser Anlage reine Rührprozesse abbilden, wir können heizen, wir können kühlen, wir können entsprechend Emulsionen herstellen durch diesen angebauten Inline-Dispargierer. Wir können auch die komplette Maschine umbauen in eine Pulverausführung und mit dieser Ausführung dann entsprechende Pulver unterschiedlichsten stüttdichten mischen. Wir können aber auch lösemittelfeuchte Pulver entsprechend trocknen durch Vakuumkontakt trocknen. Welche Lücken im bisherigen Angebot haben dazu geführt, dass Ihr Unternehmen dieses Produkt entwickelt hat? Gut, ICA ist ein bekannter Hersteller für einen großen industriellen Mischanlagen. Bisher bestand aber noch keine Möglichkeit, solch kleine Anlagen mit dieser Möglichkeit zu bauen. Durch die Entwicklung dieses kleinen Dispargierers sind wir jetzt in der Lage, diese Prozesse wirklich im kleinsten Labormaßstab darzustellen und damit dem Kunden auch die Möglichkeit zu bieten, Scale-Ups zu fahren und hier Produkte im kleinen Maßstab zu entwickeln, die sich dann später in der industriellen Anlage auch wieder erholen lassen. Welche Vorteile bieten sich damit dem Anwender? Der Anwender hat damit die Möglichkeit, mit einer kompakten Anlage verschiedenste Prozesse zu fahren. Das heißt, er kann von Reinflüssigkeiten, Emulsionen, Hochviskosepasten bis hin zu Pulvern alles in einer Anlage verarbeiten und alle verschiedensten Arten von Laborarbeiten durchführen. Vielen Dank für dieses Interview. Dankeschön.